Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Terraria am Holzfällen, oder im Holzfällersimulator, kann man auch nennen. Naja. Meinst du hochwertiger oder was? Nein, da ist so eine dumme, ich hasse das Ding. Da, komm, mach da deine dumme Dings hin. Die geht mir einfach nur am Keks. Ah, mir geht am Keks, dass sie das nicht droppt. So, ein Unterwasserbaum. Setzt du ab und zu gleich wieder so... Eickel? Auch wenn man da herüben nicht... Schau, dass du halt den Bau aufhebst, aber nochmals wie ein Tropfen, die jetzt eh beim Abbau... Achso, die tropfen, glaube ich, keine, oder? Kann das sein? Oh ja. Weil ich nur immer mal eine Gone Holz bekomme. Ja, eh, weil es auf Matt wächst. Ja, aber Eickel meine ich jetzt, meine ich. Die tropfen keine Eickeln. Das hab ich gemeint. Und das wär scheiße, weil dann brauchen wir irgendwo eine andere Baumform auch noch. Oder hast du schon welche gefunden? Getroppt bekommen. Okay, na, jetzt wo du's sagst... Jetzt wo du's sagst, stimmt's, ja? Könnte ich mich nicht dran erinnern... Bedeutet, wir gehen jetzt in der Richtung eigentlich weiter und schauen, dass wir ein normales Gebiet finden... Und machen dort auch noch mal eine Ebene mit Bäumen, die nachher eigentlich extrem hoch werden können. Dann schau, dass du die Eickel aber aufhebst. Du solltest da mal einen Trank nehmen. Ich hab keinen mehr. Ich auch nicht. Ich hab keinen. Na, dann Mist. Wir sterben jetzt gleich. Ja. Scheiß springender Käfer. Du hast aber Gold verloren. Ja, sicher. Ich hab ja uviel gekämpft schon. Mhm. 268 Maragoni hätte ich. Bauen wir das Treppenhaus weiter? Ja, ich hab auch. Keine Ahnung. 200. Jetzt schau ich, ob man da aus dem Maragoni-Holz Maragoni-Schilder machen kann oder normale. Nein, sind normale. Ja. Wie viel haben wir gesagt? 20 brauchen wir, oder? Mhm. Halt 20 Stockwerke machen wir. Kannst auch Maragoni-Trumen machen. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Ah, du musst jetzt das Komplette nochmal abreißen, sozusagen, oder? Scheiß, man kann auch aus Maragoni-Lampen machen. So, den brauch ich jetzt eigentlich eh nicht. Die 4. Okay, ich bin grad so dumm einfach da... die untereinander zu setzen. Da bin ich zu weit herinnen. Ist jetzt schon Maragoni alles? Nein. Ich hab nix gebaut in Maragoni. Okay. Dann soll ich die Treppen abtragen und das Maragoni noch einmal bauen? Okay. Machen wir Maragoni-Stiegenhaus. Soll ich dir helfen? Upsala, ja. Ja, bitte. Ist egal, wenn man da jetzt ein bissl Steine abbauen hat, da oben ist halt dein Liebling. Ja. Will endlich den Stab von ihr haben. Ja. Aber sie will dann nicht geben. Ganz einfach. Mh. Äh. Warte mal, warte mal. Ich hab da eins... eins zu weit jetzt gebaut, glaube ich. Brauchst du mir noch einmal die Stiege? Ja. Also nein, nur da oben hab ich eins zu weit gebaut. Da hat die zwei. Seh ich grad. So, ich beschriftest mir du die gleich immer die... mit eins, zwei, drei, vier. Stockwerk sozusagen Nummer. Ja, kann ich machen. Oder warte, ich kann's eh auch machen, weil das weiß ich seh nicht. Edit eins. Eins. Save. Close. Super. Nein. Ich wollt grad sagen. Muss halt draufklicken. Da ist halt das Gute, wir können auch z.B. eine Holztruhe hinstellen und die Holztruhe dann eins nennen. Als Post... Kann man nicht Postkästen machen? Weiß nicht, musst schauen. Irgendwas... Irgendeine... Weiß ich nicht mehr. Irgendwas war da mal. Irgendwas kann ich mich erinnern. Rich Magoni Lamp. Rich Magoni Laterne. Candle. Buff Tube. Wir machen die Einrichtung auch komplett aus Magoni. Außer das Badezimmer, würde ich sagen. Rich Magoni Door. Wie genial schaut das aus. Mit Glastränen. Ich will mal schauen. Ich will mal schauen, wie das ausschauen würde, wenn wir da einen Zaun machen. Was haltest du davon? Wo? Ganz unten. Ja, können wir machen. Ich sehe schon, wir kommen halt von 100 Cent's Tausendste. Blank Wand. Und das Haus wird nicht fertig. Wooden Beam, Wooden Beam, Wooden Beam, Mannekel, Keck, Keck, das ist das nicht, Barbar, Rich Magoni Helm, Mushroom, Mushroom Door. Aber, Mann. Waskasten gibt es nicht. Dann müssen wir anscheinend wirklich Kisten bauen. Machen wir Kisten? Ja. Magoni Kisten. Nein, weiß ich nicht. Ja, wobei die auch nicht sind. Wie baut man die? Was brauche ich da noch? LED. Zwei LED-Bahn und Magoni. Magoni Kisten, sicher, bei Magoni Kisten. Ja, das Haus wird Magoni. Komplett. Wenn du meinst. Sicher, das schaut viel besser aus. So, Magoni Kisten. Wir brauchen 20 Stück. Super, jetzt habe ich nur für 18... Ach Gott. Für 18 LED mitgehabt. Jetzt bauen wir wieder die Schilder ab. Ah, du machst es sinnvoll. Wieso? Ja, du baust zuerst die Stiege und dann halt zuzüge zuerst die... das Ganze und nicht. Und dann ist das... Und dann gehen wir durch, ja. Aber du glaubst gar nicht, wie viel Magoni Kisten ohne das verbraucht. Glaube ich dir schon. So. Aber nun müssen wir jetzt schauen, dass wir nachher irgendwo noch eine Holzform machen. Dass wir zumindest die Eicheln kriegen. Ja, wenn uns irgendwann die Eicheln ausgehen, ja, könnte man sich höchstens noch über irgendein Tool hinzuholen wieder. Beziehungsweise irgendwo wird es ja... Warte mal. Ich muss mal durchschriften, weil ich glaube, wir sind jetzt nachher schon bei 20... Nein, wir sind... Ah, ich habe ja 18 Kisten genau gemacht gehabt. Bin auch gescheit. Bedeutet, ich weiß eh, wie viel wir haben. Das bedeutet, wir müssen jetzt noch zwei, vier Stockwerke rauf. Und nicht, wo du da hingebaut hast. Ah, schade. Schade. Da gibt es nachher einen extra, extra Turm oder sowas. Der wird aber dann schmäler. Da machen wir gleich nur so ein Stiegenhaus komplett. Oder ein Ropehaus. Oh, ein Ropehaus. Oh, das müssen wir machen. So mit fünf breit nur. Ja. Oder sowas. Und dann komplett mit Rops. Oh, das müssen wir aber jetzt gleich irgendwann machen. Nächste Haus, was wir machen. Mit einem Ropehaus. Weißt du, wie lange man dauert, wie viele Batser sie jetzt bauen jetzt, bis wir das gemacht haben? Ja, aber ein Ropehaus ist ja... Ist ja nicht so aufwendig zu bauen. Ja, ja, ja. Jetzt will er nur auf einmal schnell das haben. Er will unbedingt so drauf. Ropes sind ja cool. Kann ich, brauche ich da einfach nur draufschlagen mit dem Hammer, dann kann ich da ein bisschen helfen. Ja, einfach nur draufschlagen. Ja, zweimal oder einmal oder? Einmal auf jeden Block. Also siehst du eh, wann es passt. Ja, super. Ich habe eh schon versaut. Auf den oberen muss man öfter kommen. Das muss man nur so vor, oder? Ab und zu muss man auch zweimal draufhauen. Aber nur auf den ersten Block immer. Das weiß ich nicht. Das schaut irgendwie komisch, eigenartig. Das ist wieder sein Gegner. Das schaut aber eins auch aus, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Wieder einmal. Wieder einmal was einzigartiges gebaut. So, ich sehe jetzt gerade gar nichts da herunten. Ich sehe noch weniger mit dem Stock da, mit dem Maßstab im Inventar, oder ausgerüstet. Jetzt brauchen wir nachher noch zwei... Man muss wirklich überhaupt nicht springen. Schau, man kann einfach durchlaufen. Ja. Zack. Zack. Baust mir du jetzt die acht Stück da weiter? Halt die acht Ebenen, dann baue ich die Ebenen wieder weiter. Du, ich sehe da jetzt gerade überhaupt nichts. Okay, dann... Oh, 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 ja, da siehst du aber, dass da oben eine... Ha, ha. Was, ha, ha? Ha, ha. Was? Ha, ha, ha. Da geht es nicht, dass du ihn in den Stab bekommen hast. Nein, Spaß. Aber, fick dich. Du siehst jetzt nicht die acht, oder wie? Du, ich sehe überhaupt nichts. Wenn es da nicht beleuchtet ist, sehe ich überhaupt nichts. Ist wurscht, dann... Sehe ich überhaupt nichts. Wir brauchen auf jeden Fall noch Magoni-Plattformen. Okay, die kann mir jederzeit größten. Ich habe keinen Magoni mehr. Ich habe 200 gehabt und... Ich habe auch noch mehr zwei. Ich bin dann jetzt einmal die Drohne einfach, weil die bleiben jetzt auf der Position schon. Ja. Und dann würde ich sagen... Und wie viele Plattformen soll ich jetzt noch machen? Also wie viele Ebenen? Weiß ich nicht. Wie denn so mal und dann sag mir eine Anzahl. Und dann ist es vielleicht schon Tag geworden. 18. 18 haben wir jetzt. Bedeutet, zwei Stockwerke noch. Okay, passt. Normalerweise. Mhm. Halt, das ist jetzt der 18. Stock, wo ich bin da jetzt. No? Ah, bist du? Ja, ey. Warte, ich halte den von Leid. Vom Leid. Und dann geht es hier weiter. Ah, das ist ein ganz schönes Bauvorhaben, was wir da gemacht haben eigentlich. Ja, das stimmt. Es ist nicht so, jeder MPC hat einfach ein Zimmer, sondern richtig schön. Baust das du ab, oder? Mhm. Ah, du hast, nein, einen Stock mussten wir jetzt noch drauf machen, für die, sozusagen, wo es nachher das Dach drauf kommt. Halt, einmal noch bitte hinsetzen, kurz. Mhm. So. Ich überleg gerade, ob wir die, äh, die, das Badezimmer auch als Maragone, in Maragone Einrichtung machen, aber da gibt's kein WC, wenn ich nicht täusche. Na, das gibt's nur aus Eisen. Weil es gibt die Badewanne, die es schon geben als Maragone. Ah, das schaut dann auch nichts aus, wenn ich das... Also, warte mal, da können ich ja schon zumachen, fällt mir gerade ein. Ah, da machen wir mal... Warte, kurz bleiben mal kurz da stehen. Nimm mal den Stab in den Ausrüstungs-Lot. Was für ein Stab? Den da. Und ich schwöre dir, da siehst du gar nichts damit. Ah, ich seh den gerade, wie hat das geheißen? Ruler. Also, Rash-Ruler. Ah, in den Social, oder was? Äh, Equipay-Pro, muss ich das geben, oder? Ja, ich weiß, seh. Schaut extrem aus, das siehst keine Zombies. Da siehst du gar nichts. Ja, ich seh's. Das dem Liegen. Äh, ja. Aber wir sind schon wieder am Badende und ich würde sagen, schönen Tag euch noch und wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Ciao.